Das ist eine Zeit voll dezenter Nebengeräusche. Die meisten Menschen sind ein wenig ärmer und einige wenige reicher geworden, aber die sind im Wesentlichen nicht ungleicher oder verschiedener als nach dem letzten großen Ereignis. Ich lag vor der Nudelbox, als der letzte Rest der blauen Stunden in der Dunkelheit verschwand. Jingen riss durch die Stadt. Durch das Pflaster, den Asphalt, das kleine Grasstück mit dem Püppi-Baum-Wohne. Jingen riss quer durch die Stadt. Vom Engeldamm klappte dann weiter die Aderbär dann lang. Die U1 am Kotti fiel in die Dunkelheit der Erde. Und dann gab die Korpusser Brücke nach und verschwand. Mitsamt Landwehrkanal im Riss. Bye-bye Ankerklause. Und am Hermannplatz, wo der Asphalt besonders dick, mehrspurige Kreiseln der Autos früher besonders breit war, sinkt das Galeria Karstadt in die Knie. Wie Sie sehen, sehen Sie nischt?